Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal von StandoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, Emergency Hamburg auf Roblox. Dieses Spiel habe ich ewig nicht mehr gespielt, ich weiß gar nicht wie ewig, aber ich hätte mal Bock wieder dieses Spiel zu spielen. Vielen Dank für den ganzen Support auf YouTube, freut mich sehr krass, ja vielen Dank dafür, ich plane auch gerade ein Abo-Special, das wird wieder so einer wie ich bei 50 Abonnenten gemacht habe, wird auch wieder so ähnlich sein, also lasst gerne ein Abo da, das kommt demnächst auf jeden Fall raus. Also ich bin da gerade in Planung, das da ein bisschen so hinzukriegen, ich hoffe mal, ich kriege das hin, also so schnell hin, aber mal gucken. Also ich gehe auf jeden Fall mein Bestes, dass es schnell geht. So, wir sind heute Dieb, wie ihr hier sehen könnt, wir rauben heute mal hier ein bisschen Hamburg aus, denn die haben ja genug Kohle hier, wie ich sehe, ist das auf jeden Fall eine teure Stadt. So. Apropos Stadt, ich würde mich freuen, wenn ihr gerne mal auf meinen Discord-Server joint und generell die ganze Links unten in der Videobeschreibung einfach mal abschickt. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr die Videobeschreibung gucken würdet. Ähm, ja, joint auch gerne mal auf meinen Discord-Server, der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, ja, aktiviert natürlich die geile Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst, ihr wisst Bescheid. So, wir müssen schnell machen, weil ich höre. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Da kann man einen Leitengegel hier kaufen. Hallo? Jetzt. Komm. Nein, 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 nein. So. Und weg. So. Fahren wir mal hier lang. Die Lenkung ist auch komplett kacke schon wieder geworden hier. So. Let's go. Fahren wir hier mal runter. Achso, apropos, äh, Spiel. Ähm, mein Roblox-Spiel ist aktuell beendet, also nicht. Runtern. Äh, warum da aktuell kein Video. Äh, kein Video, sag schon. Junge. Dieser, dieser Audi-Fahrer da, ne? Ich muss wirklich sagen, Audi ist wirklich mein Lieblingsauto mit Lambo, natürlich. Nicht überfahren hier. Die rote Ampel. Also hier ist echt viel los, muss ich sagen. Stehe mitten in der Mittellinie. So. Oder was will der von mir? Das ist ein Polizist oder was? Oder ich hau jetzt vor diesen blöden Sex-Typen auf. Und jetzt weg. So. Dafür nur 30 fahren. Ey, ich wusste, dass das ein Polizist ist. Let's go und weg. Ja, 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 ja. So, weil ich so ein Auto habe, oder was? Mal apropos Auto. Ich will mal kurz zum Autohändler, um zu gucken, was so die Autos gerade wert sind. Ja, ich will mir mal unbedingt jetzt diesen Bugatti oder sowas holen. Oder diese ganzen Stellen hier nach. So. Oh, Autofahren habe ich auch wieder verlernt. So. So. Wow. Hier ist der Bugatti. Genau. Der kostet eine Million. Und ich habe gerade 2.000. Und ich habe gerade 2.000 Moneten. Ja gut, das reicht dann doch nicht. Oh, scheiße. Gehen sie weg. Okay. Ich muss vor dem Leiter abhauen. So, ich stelle mich jetzt hier hin und wenn er dann hier lang fährt. Wenn er hier lang fährt. Hm, sieht nicht so danach aus. Gut, dann fahre ich einfach hier. Weiter. Macht mir doch nichts. Wie lange habe ich denn noch die Sterne? 3 Minuten. Ah, da ist er ja wieder. So. Ich darf nur nicht hier mich festfahren. Das ist so ein bisschen dann das Problem. Als ob der wirklich an mir vorbeigefahren ist. Was ist das denn? Das ist ja voll der schlechte Polizist. Was er mich nicht gesehen hat. Ja gut. So leicht kann man anscheinend die Menschenseer Hamburg Polizisten abhängen. So, jetzt gucken wir mal. Boah, diese Lichter von diesem Porsche sehen auch geil aus, ne? Gucken wir mal, ob man hier was ausrauben kann. Und nö, kann man nicht. Gut. Können wir natürlich mal kurz zum Juwelier gehen. Aber ich denke mal, da ist immer halt sehr viel los. Also, eine Million kostet auf jeden Fall der Bugatti. Bugatti. Also, Lambo und Audi ist wirklich so mein Favourite Autos. Aber natürlich mag ich auch die anderen Autos. Also, jedes Auto ist gleich. Jedes Auto hat einen Motor und tatsächlich die Reifen. Dieser blöde Audi-Fahrer, ne? Der geht mir so auf den Sack. Hat er mich gesehen? Nö. So leicht kann man halt, wie gesagt, den Gizisten abhängen. Oder er ist einfach da. Ich gehe jetzt so auf den Fiss. Ist das der überhaupt? Wow, 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 wow. Ich gehe jetzt so auf den Fiss. Junge, als ob. Nö, kein Bock. Was ich meine, ich habe gerade irgendwie nicht so das begann, was man tun sollte. Aber, das interessiert mich nicht. Denn ich kann auch die Zeit einfach skippen. Hier. Wenn man dann auch mal den Screen sehen würde. Hier. Einfach für dritten. Nein, mache ich nicht. Ähm, ja. Das war eine kurze Folge. Ich habe das ganze Geld verloren. Ähm, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst trotzdem gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ich habe übrigens, äh, eine Idee, dass ich eventuell, ähm, eventuell, ja. Eventuell, ähm, eine Folge mache, wo ich die Leute hier so ein bisschen nerve. Also wirklich die ganze Zeit abwaller und was weiß ich. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst ein Like da, ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr dieses Video auf jeden Fall nicht verpasst, wie ich diese kleinen Kinnis hier ein bisschen so in Hamburg nerve. Ja, also lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Schreibt auch gerne was in die Kommentare für den Algorithmus. Aktiviert die Glocke, wie gesagt, damit ihr keine, ähm, kein Video mehr verpasst. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schaut auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten auch in der Videosprafe verlinkt. Würde mich dort auch freuen, wenn ihr dort die 300 Member voll macht. Und, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr fast, wir haben fast diese 500 Abonnenten erreicht. Das ist nämlich auch ein weiterer Ziel, weiteres Ziel von mir, dass ich einfach schon fast erreicht habe. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall dieses Ziel mit mir gemeinsam erreicht. Oder, ihr wisst, was ich meine. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein, haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao. Ciao, ciao.